Heute spielen mal Anton und ich Jesus Cape. Wir müssen in diesem Spiel einer bösen Ratte entkommen und den Ausgang finden. Aber bevor das Video beginnt, lass gerne ein Like und ein Abo da, das wäre ziemlich nice. Oh, wir können in den Käse. Na gut, dann müssen wir wohl rein. Ab in den Käse. Ich will nach rechts, ich will nicht zu denen. Wir sind... Das ist jetzt die Safe Zone. Okay, ab hier sind wir nicht mehr safe. Es gibt hier eine Ratte und die will uns töten. Ist das... Nein, die brauchen wir, glaube ich, irgendwas. Wir lassen in die andere... Da kommen die. Von wo? Okay. Da und da ist irgendwas, da können wir durch. Bist du da hinter mir? Da bist du. Oh Gott. Oh Gott, ich habe gerade eine Ratte gehört. Ja, ja. Hier rein, wir haben den Käse. Wir brauchen neun Käses. Digga, warum kommt da so ein Soundeffekt, wenn ich den Käse aufsammle? Weil wir einen Käse haben. Ja, es ist aber auch so deep, wenn man einen Käse sammelt. Oh, da oben mit seiner Lampe. Oh, eine grüne Tür. Ja, wir brauchen dafür einen grünen Schlüssel. Das ist Slenderman. Weg. Oh, ähm, da ist der... Lass laufen. Hier, hier, pass dir nicht durch, hier, pass dir nicht durch. Komm. Ey, Mr. Rattenmann. Ey, da ist die Ratte vorbeigelaufen. Oh, und da ist KitKat. Ich liebe KitKat. Das ist ein hässliches Mädchen. Das ist ziemlich hässlich. Lass einfach mal in die Richtung. Ja, wir müssen jetzt erstmal die Schlüssel finden. Das Gute an den anderen Leuten, die hier drin sind, ist, wir können die opfern, wenn wir müssen. Ja, wir haben drei Käses. Und der ist der grüne Schlüssel. Ja. Oh, da. Oh, da. Weg von der Lampe. Ja, ich komme nicht hoch. Ah, jetzt. Lass hier rein. Was gibt es hier zu tun? Oh, da ist ein weiterer Käse. Oh Gott, der ist direkt unter uns, oder? Ja. I don't know what to put here, danke. Weißt du, wie laut ich meine Soundeffekte habe? Ziemlich laut anscheinend, weil ich habe ihn nicht so sehr gehört. Also, ich höre, dass der direkt mal unter uns ist. Ja, lass einfach mal hier weitergehen. Okay. Okay, ich folge dir, Meister. In den Käse. Und da hinten wäre auch was. Na, oh, wir kommen nicht rüber. Oh, ja, wir dürfen nicht. Naja. Hier oben an der Decke ist so eine Schnur. Ich glaube, die führt uns irgendwo hin. Dieses Kabel führt uns zum grünen Key. Dahin. Ja. Herein. Hm. Und da ist eine Loading Zone. Ah. Okay. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Uh. Das ist sehr. Hey, na. Das ist ja VHS-lastig. Guess the four-digit code. Hm, welcher code könnte es wohl sein? Ich weiß es. Ich weiß es. Es ist drei, acht, zwei, vier. Mist. Nein, es ist drei, acht, vier, zwei. Und das war richtig. Oh. Mist, wusste ich doch. Oh Gott, jetzt sind wir langsam. Ich will schneller. Ich will schneller. Da hinten ist Käse. Hey, Roblox Felix, guck mal hinter dir. Guck mal hinter dir. Käse. Käse, mein Käse. Oh, das sind alles Lampen und kein Käse. Das sind Lampen, da ist kein Käse. Ich weiß nicht, was für ein Käse du meinst. Und wenn du nicht in dem Licht folgst, stirbst du. Oh, da ist ein Leiter. Ach. Lass die Leiter hoch. Wenn aber so ein Käse. Nein, ich will zu dem... Nein, ich will gleich hoch. Ich will gleich hoch. Ich denke, die Leiter ist nicht der Weg, den wir gehen sollten. Deswegen gehen wir da jetzt. Ja, das stimmt. Und was ist hier? Hier ist nichts. Wow. Können wir an Fallschaden sterben? Nee. Gut. Nö. Fallschaden gibt es nicht in Roblox. Dann will ich aber die Leiter hier rechts auch nehmen. Oh, da ist auch ein... Die habe ich auch gar nicht gesehen. Ich glaube, die sind hier einfach nur als Design-Element für die... Nee, die sind dafür da, dass wir da raufklettern. Und jetzt gleich bekommen wir ein Achievement, weil wir zwei Leitern hochgeklettert sind. Das wäre voll cool. Oh, ich habe kein Achievement bekommen. Ach, Mann. Na gut, dann gehen wir weiter den Lichtern hinterher. Ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier ein bisschen nach rechts gucken. Rechts ist nichts, links ist auch nichts. Oh, da hinten liegt ein roter Schlüssel. Da ist ein Secret-Exit. Und Käse. Da ist ein Notausgang. Und eine Boombox. Und eine Lampe. Und ein Mountain Dew. Okay, Schlüssel und Käse. Oh, klick nicht den Käse an. Oh, hallo. Ich wollte mich noch da umsehen, aber jetzt habe ich einen nicht. Oh, naja. Oh, das ist letztlich ein Mädchen. Oh, hinterher. Hinter uns. Oh. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind aufgesprittet. Nein. Ich gehe nicht selbst so. Ich bin safe, ich bin safe. Ich bin auch safe, aber ich bin nicht in der Safe. Oh, ich bin nicht safe. Egal. Ach ja. Wir treffen uns schon wieder irgendwann. Ah, da ist ein Mann. Aber ich habe einen roten Key. Ich habe einen roten Key eingesetzt. Ah, die Ratte ist hinter mir. Sie ist genau hinter mir. Please. Wo bist du? Oh Gott, oh Gott. Ich bin gerettet. Ich bin so gerettet. Wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich bin bei der roten Tür. Ah ja, da war ich auch gerade. Ah. Hier ist ein Brett auf dem Boden. Ja, hallo. Oh, das Board können wir an der Stelle. Wir müssen wieder zur grünen Tür. Ich habe keine Ahnung, wo die grüne Tür ist. Ich glaube, irgendwo hier. Ja, glaube ich auch. Ist das hier? Ah, da dürfen wir nicht. Weil da, wo wir eben waren, da hätten wir das Board auf dem Boden. Doch, hier, komm weiter. Hier? Okay. Ich glaube schon. Ah, nee, das ist die Safe Zone. Ja, ich glaube, das war die andere Richtung. Okay. Da ist das Kabel. Guck mal, hier ist wieder diese Line, die über die Decke geht. Und die grüne Tür war ja in der Nähe der Line. Genau, wir müssen dann hier hin. Und da ist gleich die Line. Hier ist die Line. Ja, und dann ist hier die grüne Tür. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir noch einmal durch den Horror durch. Aber können wir das Board benutzen? Meinst du, die Tür ist wieder offen? Äh, wir sind einfach direkt hier. Ah, nice. Okay, und wir können jetzt den Exit nehmen. Ah. Verstehe. Ah. Und jetzt, nein. Hä? Warum hast du den Exit genommen? Bist du dumm? Ich kann wieder zurückgehen, glaube ich. Okay. Oh nein, ich bin zweimal durch den Exit. Jetzt bin ich bei der Planke jedenfalls. Ich bin bei der Planke. Also ich trinke jetzt erstmal meinen Bloxy. Ich habe jetzt erstmal einen blauen Key. Und du so? Blau Key? Nein, jetzt muss ich dir hinterher. Na gut, ich komme dir hinterher. Jetzt haben wir jetzt gerade in die Ratte gelaufen. Das war gut. Okay, bist du die Obby lang? Nein, ich bin einfach zurück. Wieder in den Exit. Oh nein, da wird jemand umgebracht. Hallo. Wo ist mein Board hin? Achso, du hast das Board jetzt schon platziert. Sehr gut. Das einzige Problem da unten ist eine Ratte. Ja, die ist jetzt weg. Oh, die ist nicht weg. In die Safe Zone. Ich bin in der Safe Zone. Oh Gott, du bist in der Safe Zone. Okay, ich laufe. Komm, 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 komm. Ich dachte, die war woanders. Gibt es hier zwei Ratten? Es könnte sein, ich glaube fast. Oh, die hat mich erschrocken. Ich dachte, ich... Komm, komm, schnell, schnell, schnell. Okay, wir haben fünf Cases. Wo müssen wir hin? Warum hat die so eine Bowser-Lache? Ich will nochmal zu dem Ding, wo wir eben waren. Also komm. Ja, wir gehen da nochmal hin. Wir wissen ja den Weg. Wir wissen den Weg. Ich kenne mich so gut aus. Und jetzt wieder... Die Sound-Effekte sind so episch in diesem Spiel. Liebe es. Okay, erstmal nimm das Bloxy-Aid mit. Mit der Boombox kann man leider nichts machen. Wir können die Lampe anpassen. RGB, weißt du. Ich bin in meinem coolen Gaming-Zimmer. Ah, nein, können wir nicht. Das ist wieder automatisch. Okay, ab in den Exit. Und jetzt müssen wir wieder Obi-Mam. Bei mir kam gerade das Geräusch dreimal. So eine beste Obi-Master. Aber es gibt keinen Shift-Lock. Ich wollte es gerade aktivieren. Wir haben auch schon einen Shift-Lock. Und da ist noch ein Käse. Oh, ein Käse. How are you? Ziemlich gut. Mir geht es auch ganz gut eigentlich. Was ist das hier für eine Tür? Oh, die dürfen wir nicht durch. Noch nicht. Vielleicht mit dem roten Key? Nee. Das ist gesperrt. Also, wir müssen jetzt irgendwo einen Weg finden, den blauen Key einzusetzen. Direkt unter uns ist wieder eine Ratte. Ja, was macht die mal hier? Ich trinke erstmal einen Schluck, bis ich sie nicht mehr höre. Please. Die wird für immer hier bleiben. Ah, nein. Als Recht, in-game sollte ich auch noch was trinken. Sehr gut. Sie kommt wieder. Sie macht einfach ihre Runde hier. Zwei Ratten, die die ganze Zeit hier ihre Runde drehen. Ich sehe es. Ah, da unten läuft jemand. Haha. So, einfach in die Safe Zone und dann beim anderen Weg gehen. Ja. Ja. Easy. Ich sage immer easy peasy. Easy peasy. Ich glaube, die Ratte ist gleich hier, oder? Lemon squeezy. Nee, okay, weiter. Lass uns rennen. Oh, der kommt. Ey, lass sie ruhig. Ja, du hast recht. Nein, wir brauchen eine. Da ist ein Käse, da ist ein Käse. Ein Käse. Ja. Bist du links da? Oh, ein Käse. Nummer sieben. Cool. Oh, sieben, cool. Die Richtung vielleicht nicht. Wir brauchen eine blaue Tür. Blaue, die finden wir. Ich hoffe mal. Wir können weiter dieser Schnur da oben folgen. Naja. Ich hatte eben ein bisschen Angst, weil ich dachte mir, wenn wir in eine Richtung gehen, aus der so ein Nicky kommt, oder aus der die da kommt, vielleicht rennen die gerade weg. Haben wir jemals geguckt, was hier ist? Ja. Ja, das ist nicht. Hier kann man runterfallen. Kreis. Hier oben. Da sind wir runtergefallen. Da sind wir runtergefallen, weil wir dann die Schnur gefunden haben und dann den grünen Key eingesetzt haben. Da haben wir den grünen Key bekommen. Ah, echt? Ja. Lol. Ich habe schon wieder alles vergessen. Wir brauchen eine blaue Tür. Ah, hier brauchen wir, glaube ich, alle Käse für, für diese Tür. Ja. Ähm, wir warten kurz. Der kommt. Ah, okay. Oder? Warum gehst du da hinten zu dem? Ah, sie kommt. Okay, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie wirklich. Wir bleiben hier drin. Wir chillen einfach unser Leben, bis sie weg ist. Ich glaube, die geht nicht mehr weg. Wie die da läuft? Die ist weg. Okay. Die ist nicht weg. Die ist weg. Okay, sie ist weg. Äh, nein. Sie ist doch nicht weg. Sie ist nicht weg. Sie war fast weg. Sie war fast weg, ja. Aber jetzt schnell, 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 schnell. Willst du in die Richtung gehen? Na ja. Grüner, grün, grün. Grün ist safe. Jetzt sind wir wenigstens weg. Aber warum? Okay. Dann gehen wir wieder den Weg. Wir gehen diesen Weg jetzt auf. Wir müssen, ja. Okay. Dann sind wir wieder zurück hier. Und wieder hier. Und jetzt laufen wir hier lang. Ja. Und links. Wir müssen links mal gehen, weil links sind wir nicht. Ja, da ist nichts. Da ist nichts. Ah, ich glaube, hier kommen wir wieder dahin, wo wir vorher schon waren. Dann müssen wir jetzt hier. Okay. Dann müssen wir jetzt mal da lang. Ja. Aber da waren wir noch nicht, glaube ich. Und es ist keine Ratte da. Bis jetzt. Ja. Und da waren die auch schon. Hä? Und da haben wir einen grünen Käse. Lol. Hä? Aber ich dachte, ich habe sogar schon die blaue Tür mal gesehen. Oh, ich weiß, wo die blaue Tür ist. Wir müssen da hin. Da war die. Die war da am Ende. Oben. Stimmt. Ja, wir haben die gesehen. Und dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ja. Ich erinnere mich. Genau, Piggy haben wir dazu gesagt. Genau. Was? Okay. Ich habe gesagt, das ist Fibeln, Piggy. Das war wohl anders, aber ja. Also hier sind wir. Oh, da ist ein Käse. Ja. Wir müssen. Ah, Käse. Great. Und dann haben wir 30 Sekunden. Ich habe aber nur 8 von. Ich habe drauf gedrückt. Egal, wir laufen jetzt der Schnur hinterher. Ah, die Tür hat sich geöffnet für die Schnur. Wir müssen jetzt der Schnur hinterher laufen. Wir haben 30 Sekunden für die Schnurtür. Hier. Hier, hier, hier. Pasche. Ja, sorry. Ah. Komm, 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 komm. Okay, okay, okay. Komm, wir gehen woanders lang. Wir haben 30 Sekunden. Wir schaffen das. Wir gehen den Lieblingsweg. Den Lieblingsweg. Wir gehen wieder unseren Lieblingsweg. Ich liebe diesen Weg. Meinst du, der Weg zählt für die 30 Sekunden? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht geht. Ich glaube, das geht auch nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal aktivieren. Komm, lass den kommen. Lauf, lauf über den Eben. Ideal in. Lauf über den Eben. Nein. Hoch, da, hoch, da, hoch. Oh Gott. Oh, yes, Gott. Okay. Oh, sie ist da unten. Okay. Alles Tamamo. Ich hatte noch nie so sehr Angst vor einer Maus. Oder Ratsache. Ah, sie kommt nicht weiter. Sie hat nur den grünen Schlüssel. Gut. Los geht's. Schnell. Okay. Ich habe einen. So, hier, rechts. Sie ist vorbeigelaufen. Ich verlos. Hier. Du hast recht, du hast recht. Du bist so schlau. Hier, und da. Wir können rein. Wir können rein. Der letzte Käse. Oh, mein Gott. Der letzte Käse. Dann können wir zur letzten Käsetür. Und die ist da vorne links irgendwie. Ja, rechts. Echt? Ja. Aber links war doch der Weg lang. Egal. Was soll man? Oh, die kommt. Ich bleib hier. Ich geh hier rein. Ich bin bei der Tür. Du bist schon bei der Tür. Ich bin bei der Ratte. Ja, da. Komm, komm. Wir sind bei der Tür. Hopp. Ja. Da rein. Und wir haben gewonnen. Please. Oh, jetzt. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich habe das Abzeichen. You completed the game gewonnen. Wir haben es geschafft. Smiley face. Oh, ja. Smiley face. Verbindung getrennt. Wir haben gewonnen. Ne, wir wurden gebannt. Ne, wir haben gewonnen. Das sehe ich als vollen Erfolg. Gerade eben hat jemand noch Schieß gesagt, bevor ich verlassen habe. Das ist ein voller Erfolg. Das ist ein voller Erfolg, ja. Okay. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert mich und abonniert auch Roblox Felix. Das war es mit dem Video. Bis dann und ciao. Ja. Ciao. Ciao.